Wir kommen jetzt zur Dehnung der Hüftbeugemuskulatur. Begebt euch dafür auf den Boden. Nehmt jetzt mit beiden Händen euer linkes Bein so weit wie möglich zum Bauch. Ziel bei dieser Übung ist es, das rechte Bein so gestreckt wie möglich auf dem Boden liegen zu lassen. Achtet also darauf, dass euer Knie nicht hier in der Luft hängt, sondern so weit wie möglich am Boden ist. Sollte das in dieser Position nicht möglich sein, nehmt euer linkes Knie ein Stück nach vorne und achtet auf die Streckung in der rechten Hüfte. Wechselt dann hier die Seiten. Rechtes Bein zum Bauch, linkes Bein gestreckt. Achtet darauf, Oberschenkel sollte so nah am Boden wie möglich sein. Bis zum Bauch. Bis zum nächsten Mal.